Verwende deine eigene Technik, um dich in einen entspannten Bewusstseinszustand zu bringen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Erkläre deine Absicht, die Situation in Pakistan zu heilen, dass alle Menschen in dem von der Überschwemmung betroffenen Gebiet mit allem Nötigen versorgt werden und dass es in dem Gebiet keine weiteren Überschwemmungen gibt. Rufe die violette Flamme aus ihrer primären Quelle an, um während und nach der Meditation einen Schutzkreis um dich zu legen. Bitte sie, alles umzuwandeln, was nicht dem Licht dient. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Stelle dir vor, wie dieses Licht durch dein Herz und dann durch deine Hände direkt zu allen an der Situation in Pakistan Beteiligten fließt, alle harmonisiert und die Situation heilt. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Visualisiere alle Notwendigkeiten, einschließlich Lebensmittel, sauberes Wasser und Duschmöglichkeiten, die den Menschen in Pakistan zur Verfügung gestellt werden, um die Überschwemmungssituation zu überstehen. ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So schnell wie möglich zur Normalität zurückkehren können. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und Frieden wird es sein.